Holen wir erstmal den Secutor Padalas in die Arena. Und als Gegner haben wir hier Octavus, den Retiaria. Da kann er auf dem Tor machen. Da kann er mir schon kommen. Ja! Wenn er mal dazu uns gebracht. Ja! Einen kleinen Applaus! Ja! 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 Sag mal was wir tun! Ja! 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 Schwörst du. A prova! Auê! 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 老師 Nee hers merken! KyllTfer Die Sitz! Ich habe es schon so gemacht, wie der Schonke bleibt, dass die Augen nicht rein sind. Und in dem Fall auf der einen Seite der Schüler. Vielen Dank.